Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trouble in Terrorist Town. Ja, ihr wundert euch sicherlich, wo ist denn der gute Zagatzer hin? Ja, der ist noch mit dem Kopf im Hagelpot hängen geblieben, denn der Zagatzer hat ja TTT offiziell zumindest für einige Zeit pausiert. Heißt nicht, dass das Let's Play eingestellt ist. Es kann auch sein, dass es schon nächste Woche wieder eine neue Folge gibt. Und damit ihr auf TTT nicht verzichten müsst, habe ich mit der alten Crew, die wir ja schon zu den ersten fünf TTT-Folgen hatten, also der Leno, der Bronzebeard, der Major, der alte Terrorist und viele, viele anderen. Der Peizet ist natürlich noch dabei, den kennt ihr ja auch aus dem Let's Play mit dem Zaraza. Und natürlich den Curry, habe ich jemanden vergessen? Nein. Das ist so die Truppe, die jetzt hier spielt. Sechs Leute sind wir wieder. Es gibt zwei Traitor. Und das ist die Terraria-Map und wir versuchen uns natürlich an die Regeln zu halten, die ihr erkennt. Und wir haben ein bisschen so im Voraus gequatscht. Deswegen ganz kurz zur Info, Leute. Sollen wir die Namen sagen, mit wem wir rumlaufen? Doch, sollen wir ruhig sagen, oder? Das haben wir doch vorher auch immer so gemacht. Einfach so wie vorher, oder nicht? Ich bin mit Wanne hier. War doch ganz okay. Aber das ist halt erlaubt, außer halt dann zu reden, wenn man tot ist. Einfach halt so lange reden, bis du... Ja, und ich möchte noch was Wichtiges sagen. Ich habe gefragt, warum ist der Major wo... Major? Der ist wahrscheinlich wieder irgendwo runtergefallen. Ja, was geht? Bei Major gibt es immer ein tolles Erkennungszeichen. Er lacht immer, wenn er Traitor ist. Oder minimiert dann einfach das Spiel. Nee, der Major... Ach, ich hätte beinahe was Stimmes gesagt. Egal, auf jeden Fall wollte ich noch ganz kurz sagen. Ich finde es ein bisschen traurig, dass manche Leute gesagt haben, äh, Bronzer, ne? Weh, du schießt jetzt. Äh, no. Ich doch nicht. Ich habe auf Facebook nämlich die Frage gemacht, ob wir TTT weiterspielen sollen mit der Crew hier. Und da haben welche so gemeint, ja, nur nicht mit dem Bronzer und so, sind ja keine bekannten Leute. Und dann möchte ich ganz kurz was dazu sagen. Ich finde, man muss, äh, das mal so sehen. Ich zocke mit den Jungs hier wirklich gerne, weil das sehr, äh, lustig immer ist. Ja, und, äh, ist ja auch Spaß und so weiter. Und es geht nicht in Abonnentenzahlen. Also, wer danach, äh, seine, seine Leute aussortiert, mit wem er das spielt, hat sowieso eine Waffel. So, das wollte ich nur gesagt haben. Ja, wir sind alle, äh, einfach Kumpel hier. So, und jetzt geht es aber auch los. Ich hab dich lieb. Alter. Eno, ich hab dich lieb. Aber das Problem ist natürlich, den Major kann ich noch gar nicht einschätzen. Ich kenn ihn gar nicht. Den Major kann ich richtig gut einschätzen. Ja, aber der Major, der ist so offen wie ein Buch, Mann. Major, wie geht's dir heute? Bist du Traitor? Nicht nur bei TTT. Warte, Major, Major, Major. Nö, äh, äh, äh. Sag mal, Major, sag mal. Warte, 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 warte. Major, sag mal, ich bin kein Traitor. Ich bin kein Traitor. Ohne, Alter. Der muss einfach nachdenken. Ja, Major, was ist denn los? Ohne, was ist, guck mal, guck mal. Guck mal, wie er so angefragt ist. Leno. Wenn ihr mich jetzt, wenn ihr mich jetzt tötet, wie die Isis immer das macht. Boah, ich hab zu töten. Das hört schon jemand, Leno. Ist jetzt schon jemand tot von uns? Nee, ne. Komm, Dennis, mach mal. Äh, ich schieß, ich. Ja, komm, töt, dann mach ich das. Ich hab nix. Ich kann das machen. Guck mal, ich hab nix. Aber ihr werdet einen Fehler machen, wenn ihr das tut. Wer ist da gestorben? Wer ist da gestorben? Der Perzett hat geschossen. Ich wollte mal was probieren. Patrick war's. Leute, die Leiche. Alter, der Major war tatsächlich innocent. Patrick war's. Fuck. Patrick hat ihn gekillt, Mann. Leno. Weil Traitor? Wie kann ich denn das untersuchen? Hier auf E, oder was? Leno, ich schieß hier. Leno, du Wichser. Ich wusste es. Was? Was? Es ist gar nichts passiert. Ich weiß. Ja, komm, halt's Maul, Leno. Ja, ja, komm, geh nicht einbuddeln. Wo bist du, du Fleischklöte? Komm her. Du warst mit mir auf einem Tower. Leno. Nein. Das ist geil. Das schreckt mich doch nicht so, Mann. Ey, war der Leno alleine Traitor? Nee, der Pat. Ich war alleine. Alleine? Nee, ich war gar nicht Traitor. Ich wollte das ausprobieren. Okay. Ich war tatsächlich alleine. Danke, Patrick, ne? Für dein Vertrauen. So, Patrick hat jetzt schon verkackt. Was ist geil? Was ist geil? Was ist aufgefallen? Scheiße. Also, ich habe das geil fand. Warte, was ist geil fand. Der Curry sagt so, Fleischklöte und lacht sich selber kaputt, weil das so geil fand. Also, der Patrick, ne, hat immer, also in den letzten Runden hat er immer so ein bisschen mehr vom Dennis was gehabt. Ja, der macht jetzt ganz viel, äh, ADM macht er jetzt so, ne? Ja, wir sind jetzt ja auch verwandt und so. Verwandt und verschwiegert. Wer ist denn mit dir verwandt? Der Patrick hat mir mega gut in die Hände gespielt, auf jeden Fall. Die Schwester, die Schwester vom Patrick ist meine, ähm, Tante. Ah, okay. Gut zu wissen. Wollte ein bisschen glauben, die Leute. Ja, wollte ich gerade sagen, nicht, dass die Leute jetzt denken, ich hätte was mit deiner Schwester, Alter. Weil ich habe ja was mit Pandoria, wissen ja gar nicht so viele. Ja, ja, ja. Obwohl sie ja deine Schwester ist. Aber das hättest du jetzt ja nicht sagen dürfen. Das ist ja noch schlimmer dann. Ja. So, Major, den ist Major. Wir haben einen, einen Traitor haben wir. Major, ich würde sagen, es tut mir leid, aber... Ah, okay, der Major ist es, weil er die ganze Zeit den Traitor gesucht hat, seinen Traitor-Partner. Wo ist er? Ich tötte den nochmal. Ja, der Major ist... Ich vertraue dem Major. Alter, da schwimmt wieder jemand über die Map, der Bonze schwimmt. Ne, ich schwimme nicht. Ich bin hier. Doch, bei mir schwimmst du. Köln, was machst du? Alter, da unten läuft eine Waffe. Hä? Guck mal, guck mal, der Curry, guck mal. Warte, Curry, guck mal, alle kurz in die Mitte. Äh, ey, rede. Der Einser, der versteckt sich schon wieder im Wasser. Guck mal, guck mal, der Curry. Da laufen einfach nur Waffen. Guck mal, Curry, pass auf. Dennis, geh weg, ey, mit deiner Trottelwinde. Guck mich an, Curry, guck mich an. Ne, ich schrug dich jetzt nicht an. Drei Waffen auf einmal hier. Was kommt denn hier wieder? Achso, okay, alles klar. Liegende Waffen am Start. Der Weh, der Shotgun, Alter. Ja. Ey, ich hab einen Schaden gekriegt. Ich hab Trouble gekriegt, was? Boah, jetzt nicht Renate. Alter, Bonze, was macht? Oder sowas? Ne, ne. Der Bonze. Was hat der gemacht? Der schwimmt hier so über die Karte, ey. Bei mir läuft der normal, ey. Bei mir macht er hier den Schwimmer, ey. Leno. Ja, das ist ja das Ding. Du bist ja im Land. Okay, warte mal. Wer ist jetzt hier der Traitor, Leute? Ja, ich. Aber tut mir meinen Gefallen. Tut mir meinen Gefallen nicht alle durcheinander quatschen. Ja, ja, wir sollten uns mal abregen wieder. Lando ist angehittet. Okay, pass auf. Ich hab eine Theorie. Der Leno ist Hurt. Hurt? Hurt. Erzlich am Ende sein, Leno. So, Leno, dann erklär uns mal, wie das passiert ist. Ich hab mich am Wasser gestiegen und bin verwundet worden. Ich hab mich am Wasser gestiegen. Weil du aus dem Wasser gestiegen bist, bist du verwundet worden. Wirst du das erzählen, Alter? Von wem denn denn? Er hat sein Ziel gestoßen. Denk dir mal jemanden jetzt aus. Ich hab aber eine Gegendtheorie. Was denn? Major ist es. Warum sollte ich das so viel sein? Es leben noch alle. Hallo Major. Also es kann keiner auf mich geschossen haben, weil ich auf denjenigen geschossen habe. Das heißt, aber wieso bist du dann geschossen? Das heißt, lass mich... Pass auf, du gehörst dir nochmal. Alter, reden wir nicht so schnell, Mann. Echt, ey. Du schluckst dir gleich deine eigene Zunge, Mann. Major, hallo Major. Major, 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 Major. Ja. Ja. Der Major hat sich irgendwie einen Sniper gerade organisiert. Ja, deswegen hab ich... Nee, 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 der läuft mich groß rum. Uuuuh. Der hat mich von der Strecke gehauen. Deswegen hab ich eine Shotgun, weißt du? Ich hab ein bisschen Angst vor dem Major, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, ich aber auch. Hallo. Guck mal, der versucht sich immer so ein bisschen abzusondern, weißt du? Patrick? Ja. Wir müssen jetzt ein Bündnis schließen, Leute. Patrick, bist du Traitor? Komm jetzt zu mir. Äh, nee. Ich versuch was? Major will, Major will. Nee, ernsthaft, was versuch? Ey, ich schick dich echt nach Syrien, wenn du mich jetzt abschießt. Weiß, warum soll ich dich abschießen? Das frage ich mich gerade. Ich weiß nicht, ey. Du hast so einen nervösen Finger, Alter. Nein, aber warum stehen alle hier? Den nervösen Geert, leider. Wer ist der Traitor eigentlich? Ja, ehrlich, guck mal. Ja, der Major, der wird doch wieder nervös, Mann. Ey. Was war das? Ach, da hinten wurde geschossen. Nee, Dennis hat geschossen, Leute. Die sind direkt alle wieder nervös. Ja, ich hab mal auf den Bauch. Okay, okay, zack. Ich weiß, wer geschossen hat. Ja, ich hab geschossen, das sag ich doch. Curry hat geschossen. Ich schieße aber die ganze Zeit in die Luft, weil ich das voll geil finde, wie jeder immer ausfübt. Weil du wieder durch übers Land schwimmst, Alter. Ja, also mir ist egal, Alter. Oh, ich bin abgeschossen von Major. Major, du arsch, ich krieg dich. Was? Wirklich? Major, ich wusste es, Mann. Was ist die Sau? Wie der Dings ausrastet, Alter. Oh, eben. Hä? Major. Ich kann nicht mehr. Perfekt, super. Wer war das denn jetzt? Aber Major, Alter. Das hört man immer direkt, Alter. Pass mal auf, pass mal auf. Das war nach Bronze war schon bei mir vorbei. Ich bin abgeschossen, du Witzer. Aber das ist blöd, dass wir nur einen Traitor haben. Das ändern wir gleich. Ich schieße nur einmal ab. Richtig, Patrick. Weil ich meine, das ist ja immer nur der Major, jedes Mal. Ja, der Major ist der Standard-Traitor. Alter, was das denn? Oh, jetzt hat einer den Fabian Siegesprung gesprüht. Was? Ich? Guck mal. Das Beste ist da. Ey, Leute, wir brauchen zwei Traitor, einer ist zu wenig, ey. Ja, können wir jetzt aber nicht ändern kurz sind. Achso, immer mit der Ruhe. Das war so Hammer, weißt du? Ich war so ernst gerade und dann schießt ich. Ja, ernst, Alter. Du hast voll das Lachen gehabt, so. Man hört das einfach bei Major. Ja, aber wo ich meine Mission starten wollte. Bronze? Hab ich einmal vor... Major, bleib mal stehen. Tu mal die Waffe weg. Warum? Ich bin mit Patrick hier, ne? Ey, hör auf zu schießen. Warum schießt du auf mich? Hör auf. Ich hab's doch gesehen, Alter. Ich hab mit meinen eigenen Augen gesehen. Was hast du gesehen? Aber guck doch mal. Hör mir mal zu. Sorry, ich wollte nicht Bimbo sagen. Guck mal, der Bronze, der hat auf mich gezielt. Und ich wurde nervös. Guck seine Leiche. Wo ist seine Leiche? Hör doch auf zu schießen, Alter. Hör doch auf zu schießen. Ey, du schießt vor Dach, du Stricher. Scheiße. Alter, du Stricher, weißt du? Guck auf seine Leiche. Und dann schieß ich dich von hinten. Ich hab eine Frage, Leute. Bevor jetzt alle auslasten. Ich hab gerade mit C4 gelegt, aber da ist nichts passiert eigentlich. Ja, du musst... Du musst dann, ähm... Ja, lief denn dein Countdown oder was? Weiß ich nicht. Du musst sie ja platzieren und dann musst du Zeit angeben. Er flippt aus, Mann, er flippt aus. Ey, Lennon, was geht mit dir denn, Alter? Halt sie ihn fest. Das macht Lennon mit seiner Mutter immer. Voll der Mikrofine. Was Kopfnuss, was Kopfnuss? Ich geb dir Kopfnuss. Man hat ihn auf Magneto-Stick. Alter, was ist jetzt los? Hä? Achso, ich bin einfach gegen die Wand gelaufen. Ist ja immer einfach so abgeschossen. Tut mir leid, Monster. Da hinten ist so die Tür auf, ich sehe ihn da nur Blutspritzen. Und der Bronze ist so tot. Und dann der Bronze nur so... Und dann so, guck auf die Leiche, weißt du, natürlich. Major, bist du ne Brunze so... Was? Was denn? Du musst auf Toiletten oder was? Wow, wow, wow. Warte, wer... Ich... Hier ist Spiegel. Will ich mir irgendwas sagen, Major? Alter, komm. Du bist so verdächtig nah an mir rangegangen. Hast du denn, Curvee? Hast du... Guck mal, der Schatten. Der steht nicht auf Körperberührung, der Major. Guck mal. Major ist schon wieder so am Lachen. Ja, als Lagi Luke. Ja. Der nächste Games kommt weiß Bescheid, Major, ne? Wir gehen immer alle auf Tuchfühlen um. Der Casting-Carrie, das ist so ekelhaft, dass du mich in der Hand hältst, Alter. Weißt du, was ist da los? Aber du bist so flauschig. Wer ist das hier eigentlich? Wer? Ist das Patrick oder was? Jemand wurde getötet, Mann. Ja, Mann. Curry ist es. Curry ist es. Wer wurde getötet? 100% ist es Curry. Nein, fuck. Alter, das war so geil, Mann. Wer war das? Ich war es. Currywurst. Was bist du denn für ein Alter? Ihr habt so schön in einer Reihe gestanden und euch das Bild angeguckt. Ja, okay, man muss zum Verteidigung sein. Diese Map hier ist natürlich so für... Ja, das geht schnell. Schwierig, wenn man alleine ist dann. Ich glaube, wenn wir jetzt hier drauf zwei Traitor gehabt hätten, dann wäre das noch leichter eigentlich. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und die Folge geht natürlich etwas kürzer. Man sieht das wahrscheinlich schon, weil die Map, auch die Runden sind sehr kurz und so weiter. Aber dafür gibt es die nächste Folge dann mit zwei Traitor. Übermorgen wisst ihr ja, kennt ihr ja, braucht ihr ja, müsst ihr ja, wollt ihr ja. Amsarjahr immer drin da. Immer drin, da rein, da raus. Drin. Ja, und wenn ihr noch mehr TTT-Folgen haben wollt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare oder macht ein Like auf das Video oder so. Und wir können immer so eine Challenge machen. Haben die Leute auch ganz viele TTT-Maps in den Kommentaren geschrieben. Genau, wollte ich gerade sagen. Ihr könnt ja mal TTT-Maps in die Kommentare hauen. Und ihr könnt ja mal... Wir machen jetzt eine Challenge, pass auf. Wenn dieses Video... Wenn dieses Video... Ja? Den Likes kriegen. Ne, ne, pass auf. Das ist nicht meine eigene Scheiße. Pass auf. Wenn dieses Video... Hör zu, komm. Wenn dieses Video... Mh, lecker Scheiße. Wenn dieses Video, ja, 1000 Likes kriegt... Ne, sag mal, ne, ne, 1000 ist zu wenig. Auf allen Kanälen. Ne, ne, sag mal, ja, egal wo. Irgendwo. So, da kriegst du jetzt 2000 Likes. Pass auf. Wir machen jetzt pro Folge machen wir immer so eine Challenge. Bei 2000. Okay, doch, 40.000. Ne, bei 2000 Likes. Ja, wo ist mein Proviant? What the fuck? Wo ist mein Proviant? Okay, das ist gut. Wer war das denn? Alter, ich war... Ich hab nur so beim Patrick gehört. Ich suche mein Proviant. Okay, ganz kurz. Warte, warte. Ich sag dann... Ja, ja. Ich sag, das war alles gecleared, ne? Lasst euch mal ein bisschen als Traitor mehr Zeit. Was war das denn? Ja, das war... Ja, ich glaube, das war ja das Teil. Wer war das denn? Das ist der Box, oder was? Ja, ihr habt einfach keine Erfahrung, Leute. Ihr müsst noch ein bisschen ruhig bleiben. Pass auf. Wenn du dieses Video 2000 Likes kriegst, dann muss der Patrick eine 10-Stunden-Version auf seinen Kanal hochladen, wo er vor der Webcam sitzt oder ein Reload macht, wo der die ganze Zeit on-air sagt. Aber im Hintergrund muss auch der Dustin sitzen und du musst dann mit ihm reden. Ja, aber es muss 10 Stunden gehen. Also 2000 Likes und dann gibt es eine 10-Stunden... Ja, bei dir auf dem... Nee, nee, nee. Das ist so eine Scheiße hoch. Ist egal, ist egal. Nur das Video, die Challenge, also das Video muss bei dir dann auf den Channel. Sag mal, das Video bei mir oder beim Curry oder so muss 2000 Likes haben. Ja, und da, wo es dann 2000 Likes hat, bei uns eigentlichen. Okay. Da muss der Patrick eine 10-Stunden-Version von on-air hochladen. Aber der sitzt da nicht. Das dauert mal eine Eife. Genau. 10-Stunden-Version von on-air. Ein bisschen Abwechslung musst du da reinbringen, wie du on-air mal aus einem anderen Blickwinkel sagst. Ja, oder mal eine andere Tonhöhe. Ich kann da noch ein Video draußen machen. Mal, mal kommt der Dessin von links so mit dem Kopf rein. Möwe sagt dann der Curry ab und zu noch dazu. On-air. Möwe, Luft. Oh, ist er da tot. Ist er da tot. Das ist doch eine gute Challenge für die Community. Dann sag's mal. Okay, warst du das? Du bist gerade abgehauen. Ja, klar. Ich hab mir auch schon eine Challenge für danach überlegt. Ja, aber nicht mit mir, oder? Nee, nee. Immer mit jemand anderes. Genau. Warte, einer ist doch tot von uns, oder? Wir können ja mal eine Fan-Challenge machen. Ja, einer ist gerade gestorben. Warum reden dann noch alle? Patrick ist tot. Oh, Entschuldigung. Nee, ich bin ja noch am Leben, sonst würde ich nicht reden. Was ist denn hier los? Major, was willst du? Liegt ja einer, man kann ja die Person untersuchen. Stopp mal. Bronze, du hast Dennis gekillt und bist abgehauen. Wo ist der Bronze? Was laberst du meinst? Dennis hat einen Ecke, Alter. Das ist so leise geworden. Jetzt lacht er wieder, Alter. Stopp mal, wo warst du die ganze Zeit? Du warst hier? Guck mal, wie er die Leute beschuldigt waren. Oh, Alter. Das war ich doch nicht, Patrick. Ich war doch, da wurde gerade geschossen, Mann. Ja, okay, dann hör auf. Ey, warte mal kurz. Ich hab den Major erschossen. Ja, ich hab ihn getötet, weil er mich irgendwie irgendwas unterstellen wollte. Ja, aber dann kannst du doch nicht einfach abschießen, Mann. Jetzt hilft er eine Granate hier runter. Ja, der Smoke-Granate. Hallo, ich hab's doch. Frag doch Patrick, der hat's gesehen. Guck mal, der Patrick ist auch ver... Wieso ist der Patrick nicht verrundet? Weil ich den Curry angeschossen habe. Ja, weil er gedacht hat, ich hätte den Major getötet, Mann. Richtig. Ey, warte mal kurz. Ja, ich hab den Major getötet, aber ich bin trotzdem kein Traitor. Das sagst du dir zu. Das würde ich auch sagen. Ich hab ihn einfach nicht vertraut. Ja, aber das heißt doch nicht, dass du einfach den Spacken umschießen kannst. Ey, leid, Mann, Alter. Wie er mich verdächtigt hat. Ich hab sofort gedacht, dass das der Major ist. Wunsch, das kannst du nicht machen. Ja, aber der Major hätte niemals auf dich geschossen. Aber das ist doch kein Spiel hier. Nö, Alter, nö. Nö. Nö, Alter. Okay, einer von euch beiden ist es. Ich glaube, Patrick. Nein, ich bin das wirklich nicht. Aber du hast die beide Leute erschossen bis jetzt. Also bis jetzt spricht alles für dich. Ja, aber einer von euch beiden muss es ja sein. Wobei, Curry, wenn du so gut schauspielerst, kenne ich mittlerweile einfach. Ja, ja. Patrick, bist du der Traitor? Sag mir die Wahrheit. Guck mal, es fängt an zu stottern. Dann kann es nur ein Curry sein. Pokerface, was? Pokerface, oder was? Ja. Patrick, mach jetzt keinen Fehler, ne? Popcorn? Mach jetzt keinen Fehler. Ist voll am Schwitzen, voll nervös. Hallo, seid ihr denn, ihr Süßen? Ja, ist die Frage, ob ich dich jetzt in Bronze töten soll. Schreibt es doch in die Kommentare. Ja, oder ich töte jetzt einfach Patrick auf Verdacht. Aber wir müssten das mal als Livestream eigentlich machen. Was darf man ja eigentlich? Mit seinem Livestream, Alter. Ich finde aber TTT einfach total genial dafür. Ja. Na ja. Wenn du nicht meiner Meinung bist. Okay, Patrick, ich töte dich jetzt. Nein, Bronze, jetzt warte doch mal. Alter, oh! Was denn, was denn? Alter, ich bin gerade voll von der Leiter gefallen. Ich habe gerade, du hättest ihn erschossen. Nein, 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 nein. Ich bin gerade voll von der Leiter gefallen. Nein, 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 hallo? Was willst du? Was schießt du, Mann? Oh, Curry, Alter, dein Ernst. Curry, ja, ja. Ich habe es genauer. Du hättest das so rocken können, Alter. Sorry. Ja, ich weiß, ich bin aber von der Leiter gefallen. Ich gehe da einfach nie mehr hoch, Mann. Ich habe immer den Flug. Also, ganz kurz. Die Folge ist vorbei. Also, 2000 Likes, dann macht der Party die 10 Stunden On-Air-Version. Und ich habe mir jetzt schon eine nächste Challenge ausgesucht. Die wird sehr, sehr viele freuen. Und die seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play TTT. Danke und habt noch einen schönen Tag. Ciao. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.